Sooo, und damit herzlichst Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Ja, wie ihr seht, kein Textur-Unpack mehr. Es wird es wahrscheinlich die ganze Zeit kein neues Textur-Unpack mehr geben. Und da ist dann nicht mehr so viel rumkackern zu. Also es könnte mal sein, dass vielleicht doch mal out of memory kommen könnte oder ja, dementsprechend andere Sachen. Aber es kommt auf jeden Fall nicht mehr so viel Störmeldungen wie sonst, sagte... Ach ja, genau, das kann ich auch gleich erklären. Ich habe zu many Items, aber ihr braucht keine Angst haben. Ich werde das nicht benutzen. Keine Angst. Ich werde es hauptsächlich benutzen für private Zwecke bei einer anderen Welt, aber wir brauchen jetzt nicht als Cheater oder so einzusehen. Denn ich benutze es hauptsächlich wirklich nur privat. So, ja, machen wir weiter. Ich habe nämlich jetzt eine neue Idee, weil nämlich... Äh, warte mal, ich bin, ich habe nämlich Sound-Music-Off. Ja, ja, nein, es wusste es. Und zwar, wir müssen noch... Wir wollten, wir wollten, genau. Wir wollten noch ein Schiff bauen, damit mal mehr abwechslend mein Craftlet's Play kommt, weil ich baue nur Häuser, Häuser, Häuser in verschiedenen Welten. Äh, und ja, ich habe jetzt auch eine super-duper Idee, und zwar hat mir mein Member gesagt, dass ich meinen Kompass machen soll. Und das werde ich auch gleich mal tun, und daraus werde ich dann eine Karte machen, weil ich jetzt, sagen Sie mal, echt Bock habe, beziehungsweise es ist Pflicht, mir eine Karte zu bauen. Also, so, ich habe jetzt seit längerer Zeit die Methode endlich, äh, sozusagen erfunden, eine Stunde aufzunehmen und das sozusagen so zu cutten. Ja, das sollte eigentlich recht gehen, könnte ab und zu mal asynchron werden, aber, äh, es ist ja nicht halb so schlimm, sag ich jetzt mal. Es kann ja mal asynchron sein, aber trotzdem kann man ja noch die Folgen genießen. Ist ja so. So, äh, das war's, ja. Äh, äh, ich weiß nichts mehr, Blackout, nein, Spaß. So, genau, Redstone nochmal auch schon, das ist sehr nice. Da muss man mal gucken, wie ich das nochmal mache, ich glaube, das geht so. Hä, wie geht das nochmal? Ah, Gott, äh. Äh, wie macht man nochmal so eine verdammte... Äh, scheiße. Äh, irgendwie hab ich's doch schon mal gesehen. Geht das so? Nee. So, Mist. Warum will das nicht? Aber ich möchte jetzt auch nicht wirklich viel rumcutten oder so. Äh, das müssen wir leider das nächste Mal machen, Leute. Auf jeden Fall, äh, suche ich mir jetzt schon mal einen Platz, wo wir das nächste Mal unser Schiff, unser Schiff bauen. So, jetzt schlacht mir noch erstmal diese Spinne ab. Ha! So. Guck mal mal drüber. Hoppala. So. Hoffentlich finde ich auch irgendwo in den Nähen mehr, da ich dann nicht so viel rumlatsch muss, weil die Karte hat nämlich jetzt schon 21 Megabyte, also die Map selbst an sich mit Spielestand hier. Hat schon 21 Megabyte, und das ist für, die Verhältnisse eigentlich schon recht viel. Ja, wir könnten auch mal eine Pyramide bauen. Ach ja, ich kann ja noch was zeigen, ich hab nämlich, tut mir leid, jetzt muss ich leider cheaten, und zwar hab ich nämlich einen Mod installiert zum Waffen-Mod, der ist richtig geil. Okay, ich bin jetzt mal hier die, äh, Thompson, ich muss jetzt mal ein bisschen cheat, und schau mal. Ich kann jetzt wirklich richtig ballern, aber das werde ich auch nur auf dem fernen Status machen. Oh nein, ich hab er getötet. Ja, das werde ich auch nur auf dem fernen Status machen, äh, deswegen bleibe ich die Waffe jetzt wieder weg. Ähm, Waffen kann man sich ganz einfach craften, indem er, ich werde nicht cheaten, also keine Angst, indem er so welche komischen, äh, ähm, Dinger ja macht, so, ja, Kisten, so Waffenkisten, so crafting Kisten, sag ich mal, ah, das ist noch mal schon mehr, sehr schön. Ja, und die crafting, äh, Boxen, wenn ich mir cheaten müssen, dafür werfe ich aber dann sozusagen ganz viel Eisenbeck als Gegenleistung dafür dann. Das mache ich aber jetzt nicht, ich muss jetzt mal gucken. Ja, das reicht locker für mein Schiff. Ja, doch, das reicht locker. Ja, aber geil, haben wir hier in der Nähe schon mal mehr, das ist klasse. Very, 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 very nice. So, als zacken wir noch ein bisschen Holz dabei, ich hab zu Hause gar nichts mehr. Apropos zu Hause, wir müssen noch Möbel einrichten. Schaden, äh, ich habe noch überall da keine Möbel, ich habe in meinem ersten Haus noch keine Möbel, in meinem zweiten Haus auch noch keine Möbel. Ach, das mache ich mal offscreen, irgendwann, glaube ich, wenn ihr mal nicht dabei seid. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass nicht so ein Leck oder irgendwas, deren Art kommt. Und darauf bin ich jetzt nicht gerade in der Laune. So, dann klopfen wir mal wieder zurück. Hier noch irgendwas? Ne, nur noch. Was auch geil wäre, ich weiß es nicht, ob es es wirklich gibt und zwar nicht Hero-Bride-Mod, das wäre richtig klasse, finde ich. Meines Wissens, richtig geil, weißt du, bis hier gerade so ein Minen und auf einmal steht hinter dir so ein Kauz, der Sperrmann in den Augen hat und schaut dich an. Hahaha, nein, natürlich nur weiße Augen, also es ist kein Schmerz oder so, das ist einfach nur blinde Augen, glaube ich. Manche sagen sogar, dass sie Hero-Bride in 1.7 noch gesehen haben, obwohl ausdrücklich ein Launcher stets, dass, äh, dass er removed worden ist. Aber ich glaube ja nicht, dass er, äh, möglich existiert in 1.7. Ach, apropos 1.7, morgen kommt 1.8 raus, weil wir haben heute den 27. August, sieben Tage nach meinem Geburtstag, haha, ja, und, äh, angeblich nach Mareks Quellen, also Zekehra 07, soll morgen 1.8 rauskommen. Und wenn es rauskommt, möchte ich höchstmöglich der Erste sein, der es aufnimmt, weil dann werde ich mal gucken, ob es dann wirklich so Ruinen gibt und neue Mops, die nennen sich, glaube ich, so, man, irgendwas, man, sie sind so schwarze Viecher, die bauen Blöcke ab und so, hoffentlich nicht in mein Haus, ab und so, muss man so echt machen, man wieder drauf installieren. Ach, apropos, das muss ich ja dann auch noch machen, ja, auf jeden Fall, weg damit jetzt, so, gold, schlacht, du scheiße, ich habe so viel Eisen, ey, das ist zum Tod kotzen, zum Tod kotzen, hab ich gesagt, haha, ähm, ja, ich muss erst mal gucken, weil ich muss erst mal wieder mit den Scheiß-Texturen-Pakier auskommen, beziehungsweise dir fühlt. Gut, so, das kommt da hin. Gute, alte, gute, alte, gute Musik, das ist die gute Musik. Ich geh jetzt aufs Scheißhaus, ich muss mal einen rauslassen, ich geh scheißen und nein, ich hab kein Eheck. Nein, Freunde, kein Eheck. Eheck ist böse. Das ist der Eheck. unsere wettvolle Gisterkunde wettvolle Sagenmann beispielsweise auch noch das habe ich auch gefunden und Diamants kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern dass ich das alles gefunden so perfekte okay das passt schon so wofür brauchte ich leider so ja wolle so das kann dann ballen viel zu viel scheiße hier unser bett das haben auch noch gar nicht fertig gebaut den boden heilige maria gottes wie sieht denn mein haus aus irgendwann mal kommen die kakerlaken und lachen mich aus obwohl das tun sie schon so zack ah wasser da drüben noch so ja meine Freunde da kann ich hier auch das gleich ankündigen ich möchte demnächst noch ein nebenprojekt starten also es kann sein dass ich vier projekte dann habe zu machen mit Battlefield 3 kommt ja bald raus im Oktober glaube ich ja so 17 Oktober oder so Kunst oder 28 da weiß ich jetzt nicht auf jeden Fall komplett 4 Oktober das werde ich auf jeden Fall letztendlich eins meiner Hauptprojekte dann werden ähm ich möchte noch ein nebenprojekt starten wie schon gerade erwähnt und zwar ich habe muss ich mal kurz auf mein nebenregal schauen äh was könnte ich denn machen äh äh ja äh mafia 2 könnte ich let's play habe ich erst vor kurzem durchgespielt das heißt dann dass es nicht blind sein wird ähm dann habe ich noch auch und 4 3 oh yeah ja und ihr solltet jetzt hier bei diesem Video ähm entscheiden was ich jetzt playen soll a äh mafia 2 oder b ähm homefront oder vielleicht doch c 4 3 auch wenn ich die letzten zwei vierteile nicht gespielt habe werde ich da schon ein bisschen mitkommen hoffe ich äh äh homefront ist auch not blind habe ich auch äh seit mein Geburtstag durchgespielt ich suche ähm und 4 ist halbwegs blind also es ist ungefähr 75% blind ach du scheiße ich hab bald gar keine sachen mehr das ist nicht gut das war zu mal meine ersetzten gepflanzen ja dass der onkel fürchter netzauer wird so gib mir all deine wolle freundchen oder dame was auch immer du bist bist du eine dame hey schutz mich nicht okay das ist eindeutig eins wieder so auch meins ich bin ein friseur so äh ich hoffe jetzt dass es auch wirklich klappt mit den aufnehmen die eine stunde weil das letzte mal war die zweite folge von mein paar 43 und 44 was glaube ich da ja da war es schon etwas asynchron der zweite teil naja was will man machen jetzt müssen wir es mal ganz für holz sammeln weil dann fange ich schon mal an mit den boot planen weil wir machen da am anfang erstmal sowas ähnliches wie so ein steg hin so ein leuchtturm und ja so 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 wir wollten auch noch so ein sprungbrett runter bauen ne hey das kann man ja gleich machen naja es wird ein bisschen gefährlich aber ich wurscht so ach ne wettnetz kommt wieder so ein scheiß Ding Problem out of memory weil hier so ein ja ihr wisst schon es wisst ihr was dann mache ich stattdessen mal schnell raus und dann gleich nochmal rein mal gucken ob es jetzt geht nein also es wird auf jeden Fall ein out of memory Ding kommen das weiß ich jetzt schon hey ich kann aber da durchschauen da hinten ist ein Lava Ding oh interessant naja was will man machen Leute also wenn das jetzt wirklich dann so sein sollte dann ja da muss ich doch die Aufnahme früh unterbrechen wenn es nicht asynchron wird aber ich werde auf jeden Fall durchziehen mit der eine Stunde aufnehmen kann halt dann doch sein dass sich ziemlich 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 viel dann machen muss so 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 auf jeden Fall um die Metz zurück ins Haus anscheinend kommt dazu noch gar kein out of memory aber er sagt ne doch nicht okay dann aber er sagt man okay dann ist das wohl war mit meinen Textur und Park so so eher Monkey Island Baby dann kommt dann dann nach der Mann und Wolle so dann aber hier noch äh selbst nehmen und sogar sogar ja ich glaube wir müssen sobald mal wieder ähm ja das machen wir eben noch äh wir müssen uns mal wieder neue ähm Werkzeuge